In der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, müssen Moritz und Luis einen herben Rückschlag hinnehmen. Die Agentur, Female Huch 3, beschäftigt in der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, derzeit der, Fair Fashion Runway, und das Screenwashing der Designerin Mara Blankot. Nach dem Leak macht sich Emily, Anne Menden, auf den Weg nach Mailand, um eine neue Headlinerin für das Event zu gewinnen. GZSZ, Alicia und Moritz werden Konkurrenten. Währenddessen brennt in Berlin die Luft. Denn auch der Auftrag für den Männerausstatter Gustlmeier verlangt intensive Betreuung. Für Moritz, Lennart Borchardt, birgt dieser die Chance, sich den Titel, Senior Project Manager, zu erarbeiten. Doch die Konkurrenz sitzt ihm im Nacken. Denn während Alicia, Josefeng Bressel, voranprescht und vorschlägt, Flo, Pauline Afaya, in Männerkleider zu präsentieren, kommt Moritz' Idee bei Emily nicht wirklich gut an. Als zuvor hersehbar empfindet es die ehemalige Designerin, Gustlmeiers edle Anzüge in der Berliner U-Bahn zu präsentieren. Alles, was ich mir ausdenke, ist absoluter Mist, weint er sich bei Luis, Marc Weinmann, aus. Schließlich hat er doch einen zündenden Einfall. Warum nicht ein schwules Pärchen zeigen, das in den Kleidern des Herrenhausstatters zum Altar schreitet? GZSZ Moritz findet sein Traumpaar. Die beiden beschließen, spontan ein Casting zu veranstalten. Es sind schon ein paar Jungs da. Ziemlich heißes Material, freut sich Luis, bevor sein Freund die Kandidaten instruiert. Wir suchen verliebte Pärchen, die heiraten wollen, oder die zumindest so tun. Was für von euch erwarten sind verliebte Blicke, heiße Küsse vor dem Altar und vor allem ein aufrichtiges Jahr. Nach dem Casting die Ernüchterung. Leider entspricht keines der Models den Anforderungen. Doch die beiden haben Glück im Unglück. Zufällig läuft ein Traumpaar auf dem Kiez an ihnen vorbei. Und das zeigt nach ein paar Probeaufnahmen sogar Interesse mitzumachen. GZSZ Das Gustelmeier Traumpaar steigt aus dem Projekt aus. Jetzt ist schnelles Handeln angesagt. Vor allem, weil Katrin ihn drängt. Ich könnte bei Gustelmeier mehr Zeit herausschlagen. Allerdings wüsste ich dann nicht, wofür ich dich bezahle, weiß sie Moritz Barsch zurecht, als er ihr verklickert, dass sich die beiden Männer noch nicht zurückgemeldet haben. Schließlich der große Schock. Moritz, Traumpaar steigt aus dem Gustelmeier-Projekt aus. GZSZ Die Nachbesetzung begeistert Moritz. Doch schnell wird ein Ersatzpärchen nachbesetzt. Anfangs ist Moritz von den beiden auch richtig begeistert. Das war ganz großes Kino. Freut er sich nach dem Test vor der Kamera, bevor es zu einer unangenehmen Situation kommt. Weil Moritz etwas mit einem Kumpel des Duos hatte, kommt es zum Eklat. Moritz hat ein Problem. Wie wird Katrin, die seit der Trennung von Tobias, Jan Kittmann, ungenießbar ist, auf diese Nachricht reagieren? Wie wird Katrin, die seit der Trennung von Tobias, Jan Kittmann, ungenießbar ist, auf diese Nachricht. Wie wird Katrin, die seit der Trennung von Tobias, Jan Kittmann, ungenießbar ist, auf diese Nachricht. Wie wird Katrin, die seit der Trennung von Tobias, Jan Kittmann, ungenießbar ist, auf diese Nachricht.